Ja meine Freunde, wie ich gestern schon erwähnt hatte bzw. vorgestern ist auch dieser Urlaub jetzt schon fast zu Ende. Koffer sind gepackt, gestern haben wir noch die Sightseeing-Tour gemacht und ich hätte fast was vergessen, weil nichts ist schlimmer nach am Tauchen wie Hungerschienen. Ob es jetzt nur für Dekobierchen ist oder ordentlich was zu futtern. Hier in Toulam ist es sehr günstig, was das Essen angeht. Überall an der Ecke sind irgendwelche kleinen Restaurants oder sogenannte Wahrungen. Da kann man für ein paar Euro echt lecker und vor allem reichlich essen. Also hier kommt keiner zu kurz. Ja und hier ist das Shops and Hops. Also da waren wir jetzt ein paar mal essen. Ist in deutscher Hand, also sehr viele deutsche Taucher da vor Ort und ja entweder man trifft sich da auf ein Dekobierchen oder haut sich gleich die Schlachtplatte nach Art des Hauses rein. Auf jeden Fall sehr sehr nett und gemütlich. Wird auch von einem Deutschen geführt. Und jetzt gibt es noch ein paar Fotos hier vom Shop and Hops auf Bali to Lambe. ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. 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 Also wenn wir hier so fahren würden wie die hier, sag ich nur eins, Mord und Totschlag. Also die haben hier sowieso Linksverkehr, damit komme ich gar nicht klar. Aber ich will immer wieder auf der falschen Seite einsteigen. Aber naja, so ist es halt. So wie gesagt, kleines Fazit hier noch zum Ende hier auf Bali, mega geil, sowohl über Wasser als auch unter Wasser. Ja, allein die Kulisse hier vor dem riesen, riesigen Vulkan, dem Agong, mega, so die Landschaften mit den Reisterrassen, Palm, Bambus, hier ist alles eine Nummer größer und dann auch grüner als an anderen Orten, die ich jetzt kenne. Hier wird einfach nur gehobt, wenn man mal überholen will oder zum Grüßen, ansonsten habe ich hier nicht einmal ein böses Wort oder so gehört. Die haben hier nie schlechte Laune, die meisten hier sind Hindus, die sind sowas von positiv eingestellt, alleine die Religion, da ist alles so freundlich und herzlich. Ich kann wirklich nur eins sagen, es war hier ein geiler Urlaub, wir kommen auf jeden Fall zurück. Ja, Koffer sind gepackt, in ein paar Stunden geht es los, dann gucken wir uns noch einen Wasserfall an, den zeige ich euch dann gleich auch noch. Ja, dann noch zwei Tage Dubai, da werden wir auch noch ein bisschen nach gucken, beziehungsweise zweieinhalb, knapp drei Tage haben wir da. Da zeige ich euch natürlich auch noch ein bisschen nach von der Stadt. In diesem Sinne, ich melde mich dann aus Dubai, bis dann, euer Olli. Bis dann!